Heute zeige ich euch die Kompletteinrichtung eines Unify-Setups mit einem Software-Controller, welcher auf eurem PC oder auf eurer Synology gehostet ist. Hierfür habe ich mir einen Unify AP6 Long Range besorgt und einen original verpackten 24-Port-POE-Switch. Den Access-Point verbinde ich nun mit einem POE-Port des Switches und den Switch verbinde ich mit meiner Fritzbox. Wir starten auf der Unify-Webseite unter dem Bereich Download. Wir scrollen nach unten und können hier unseren Unify-Network-Server herunterladen, entweder für Windows, macOS oder Linux. Wir klicken auf Download, dann klicken wir auf Behalten. Nachdem der Download abgeschlossen ist, starten wir die heruntergeladene Datei. Nun installieren wir den Software-Controller auf unserem PC. Der Controller ist nun installiert und wir können ihn starten. Dieser Moment kann nun etwas dauern. Nachdem nun der grüne Haken erschienen ist, klicken wir auf Manage Server in Browser. Ein neues Fenster öffnet sich und wir können mit der Einrichtung des Controllers beginnen. Erst ein Name, dann wählt ihr euer Land. An diesem Punkt könnte man auch von einem Backup wiederherstellen. Wir klicken auf Next. Nun benötigen wir einen Unify-Account. Man könnte sich nun einen Unify-Account auf der Webseite erstellen. Man könnte aber auch über den Punkt Advanced Setup sich einen lokalen User kreieren. Wir gehen zurück, denn ich habe einen Unify-Account. Wir klicken auf Sign-In und somit sind wir schon auf der Web-Oberfläche angekommen. Als allererstes gehen wir auf den Punkt Unify-Devices und sehen hier schon unsere zwei Devices, welche ich angeschlossen habe. Einmal unseren Switch und unseren Access-Point. Wir starten zuerst mit dem Switch und danach mit dem Access-Point. Falls ihr nun auf Adopt klickt und der Switch erst einen Update durchführt, kann es sein, dass die Adoption fehlschlägt. In diesem Fall müsst ihr den Switch nochmal resetten. Wartet aber, bis das Update durchgeführt ist und danach sollte alles funktionieren. Wir klicken also auf Adopt. So, der Switch ist nun in unser Netzwerk aufgenommen. Als nächstes adopten wir den Access-Point. Ob ein Access-Point einem bestehenden Netzwerk zugewiesen ist, könnt ihr an dem Licht des Kreises sehen. Wenn das Licht weiß ist, ist der Access-Point frei und kann zugefügt werden. Ist das Licht jedoch blau, heißt es, der Access-Point ist einem bestehenden Netzwerk hinzugefügt. Und entweder es ist das Netzwerk, welches ihr möchtet, oder ein anderes. In diesem Fall müsst ihr den Access-Point resetten und dann ist er bereit zum Adoptieren. Wenn der Kreis blau blinkt, heißt es, der Access-Point macht aktuell ein Update. Je nachdem, wie schnell euer Internet ist oder welche Version der Access-Point hat, kann das Update gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem das Update beendet ist, schaltet sich der Access-Point kurz aus und wieder an. Wir sehen das aktuell, dieser ist offline. Das Update ist nun beendet, der Access-Point ist neu gestartet und wird nun in das Netzwerk eingebunden. Wir erstellen somit ein WLAN-Netzwerk. Wir klicken auf Settings, Wi-Fi und wir geben dem Ganzen einen Namen und ein Passwort. Wir sehen, unser U6LR ist Teil des Netzwerkes, also dieser Access-Point strahlt nun das Netzwerk mit dem Namen ITPG aus. Wir klicken auf Add Wi-Fi. Wir gehen sofort zurück auf den Punkt Unify-Devices und sehen, dass hier der Status auf Orange wechselt. Das heißt nun, der Access-Point bekommt das Netzwerk und strahlt dieses dann aus. Links unter dem Punkt Topologie sehen wir nun unseren Switch und unseren Access-Point, welcher an dem Switch angeschlossen ist. Auf dem Punkt Client-Devices würden wir alle Client-Devices sehen, welche sich aktuell in diesem Netzwerk befinden. In unserem Fall ist das nur die Fritzbox. Wir sehen das zum einen an der IP-Adresse, das ist die 2.1, aber auch am Vendor, hier steht AVM. Das war die einfachste Grundeinrichtung eines Unify-Netzwerkes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über ein Abo und ein Like.